Die Eurofilms Dr. Specht Express GmbH ist ein Labor für die Analyse von Lebensmitteln und Futtermitteln. Immer schnellere Produktzyklen und strengere gesetzliche Anforderungen verlangen nach mehr und mehr schnelleren Kontrollen. Wir müssen also bei gleichbleibender hoher Qualität unsere Kapazitäten erhöhen und die Bearbeitungszeiten reduzieren. Hinzu kommt, dass sich der Fachkräftemangel weiter auswirkt. Um den Anforderungen an Qualität und Schnelligkeit gerecht zu werden, haben wir nun auch die Pestizidanalytik automatisiert. In einem anderen Labor der Eurofilms Gruppe ist eine Anlage mit ABB-Robotern bereits erfolgreich im Einsatz. Die Kolleginnen und Kollegen dort haben gute Erfahrungen mit der automatisierten Analyse von Lebensmittelproben gemacht. Das ist ein Grund, warum wir diese Technologie auch in der Pestizidanalytik nutzen wollen. Da dieser Prozess nicht mehr manuell erfolgen muss, sparen wir Kosten ein. Unsere Mitarbeiter können sich anderen Aufgaben widmen. Die Anlage liefert zudem gleichbleibende hohe Qualität und Wiederholgenauigkeit. Und das rund um die Uhr. Wir haben die Automatisierungslösung mit der Elbertron GmbH konzipiert und umgesetzt. Eine Herausforderung war es, die Komplexität der Methoden und der geforderten Abläufe zu erfassen und bestimmte menschliche Bewegungen und Handgriffe zu automatisieren. Dank der Erfahrungen von Elbertron und der Flexibilität der ABB-Roboter erfolgen jetzt auch komplizierte, manuelle Anlage mit der Abläufe zu erfassen. Und das ist ein Grund, warum wir diese Arbeitsschritte vollautomatisiert. Lediglich die Aufgabe und Entnahme der Proben erfolgt weiterhin auf manuellem Wege. Alles in allem hat die Automatisierungslösung unsere Anforderungen voll erfüllt und bietet Potenzial für zukünftige Projekte. K Rickilitär Leslie K Rickilitär K Kip K K K K K K Vielen Dank.